So, so schnell, Luftikus. Es macht bestimmt voll Spaß, auf dem Pferd aber zu reiten. Oder? Was meinst du? Ich glaube schon. Ich stelle mir das vor, wie ich da rüberspringen würde. Voll geil. Ich glaube ich wäre eher Westernreiter. Westernreiter? Was soll das sein? Ja, es gibt verschiedene Arten von Reizgebungen. Western ist so die Züge ganz locker und es sind nur zwei Bänder. Es ist nicht über die Nackensucht und du hältst sie ganz locker und eigentlich ist es nur ganz leicht anzupfen von der Einrichtung. Also das ist ja richtig. Wir haben halt dieses Halbdach. Und sie ziehen die ja vor, die vor die Springen ziehen die ja kurz hoch. Siehst du, jetzt macht die und zieht an. Und das, du musst dir aber vorstellen, du hast die ganze Zeit zum Fall im Mund. Und jetzt ist man diese, die Lippen auf dem Mund. Das war scheiße. Und das war sie. Das war die Schichter in der Zeit. Und das war es nicht so. Das war es nicht so. bis jetzt die Zeit. Und die Zeit. Beder gefeierter. Und das ist n.